Und haben Sie sich ein Bild davon gemacht, wie Algorithmen in weiterer Folge Beurteilungsspielräume definieren? Haben Sie den Zusammenhang zwischen Demokratieverständnis und sozialen Medien gesehen und nachvollziehen können? In weiterer Folge schlagen wir im letzten Teil dieser Lektion eine etwas andere Art der Auseinandersetzung vor. Wir bitten Sie, sich aus dem Angebot an Videos zwei auszusuchen. Nachdem Sie sich diese zwei Videos angesehen haben, bitten wir Sie, jeweils zu jedem Video einen Forumsbeitrag zu verfassen, der die Beurteilungsspielräume, die Sie in diesen Videos identifiziert haben, beschreibt. Versuchen Sie dabei auch, einen Zusammenhang zum Demokratieverständnis entsprechender Definition von Hans Kelsen herzustellen. Wenn Sie sich auf Videos beziehen, geben Sie bitte einfach einen Zeitindex an, das hilft den anderen wahnsinnig bei der Nachvollziehbarkeit. Sie werden sehen, manche der Videos sind durchaus provokant und wir bitten Sie, über die Videos hinaus auch unsere Lektürehinweise zu berücksichtigen. Viel Spaß bei der Auseinandersetzung! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020